Du bist weit gekommen. Früher hast du mit den Jungs gekickt. Jetzt spielst du Profifußball. Jetzt spielst du Profifußball. Erste Liga. Du spielst für dein Land. Erste Liga. Du spielst mit den Besten der Welt. Hey, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Sorry. Um die größten Titel, die man gewinnen kann. Nicht schlecht für ein Mädchen. Nicht schlecht für ein Mädchen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020